Ach wie geil! Irgendwo in Nicaragua! Das ist ja geil! Krass! Was ist das? So, morgen an den Tagesdenken liege ich ja noch runter, ne? Das ist nur Siebkraft! Das ist wirklich Bussi-Spend, meine Schwester. Das war ein bisschen. Das ist ja auch ein bisschen. Das ist ja auch ein bisschen. Ja, ja. Ich merke es ganz gut. Wir waren doch nicht mit dem Lied. Das ist ja auch ein bisschen hier. Das ist ja auch ein bisschen hier. Das ist ja auch ein bisschen anders. Tobi ist heute... Ich muss ja einen Ballvolle nehmen nach dem anderen. Das ist ja eine Vorlage der Fernseher. Ja, dann haben wir gerade heute. Was ist das jetzt? Eine Fotoröfer? Das macht doch halt der Movies ja schon so oft. Weil wir uns weigern. Bei den Freien, da wir ja fast nur noch Freie sind, dass es dann noch kein richtiges Abrechnungssystem gibt. Kassenkommier! 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 Kaffektion! Aus! Kassenkommier! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Öl! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Auge hin, richtig! 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 Auge hin, richtig!